Was ist das Projekt der Dreckweg? Eine App entwickelt, mit der der Benutzer eine Nachricht an den Server mit GPS-Daten schickt und die dann halt auswertet und dann guckt, wo sind die meisten Leute, die sich beschweren und dann sendet er ein Signal an die Roboter, die dann halt genau da hingehen. So sieht bis jetzt die App aus. Da gibt es einen schönen großen Button, der ist einfach zu bedienen und verständlich für jeden. Wenn man da drauf drückt, dann werden GPS-Daten gesendet und dann landet es auf so einer Karte. Da sieht man dann, wo sich überall Leute beschwert haben, wenn es dann mal lädt. Und dann kann man einen Filter einführen, der uns dann zeigt, wo die Roboter hin müssen. Da sieht man, wo die Roboter hin.